Willkommen! Wir werden uns hier anschauen, wieso 2 hoch 0 oder 3 hoch 0 oder jede andere Zahl hoch 0 genommen 1 ergibt. Und keine Sorge, das ist ein Nachweis, dass auch jeder 5-Klässler nachvollziehen kann. In erster Reihe werden wir versuchen nachzuvollziehen, wieso 2 hoch 0 1 ergibt. Und diese Tatsache können wir dann auf alle Zahlen beziehen. Fangen wir doch an mit Sachen, die eigentlich jeder gut kennen sollte. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass 2 hoch 1 2 ergibt. Genauso einfach ist es auch 2 hoch 2 auszurechnen. Das sind natürlich 4. Also 2 mal 2 ergibt 4. 2 hoch 3 sind 2 mal 2 mal 2 ergibt 8. Dann 2 hoch 4 wäre beispielsweise 16. 2 hoch 5 32. Und ich denke mir, den Rest kann sich jeder denken. Vergiss nicht, unser Ziel ist nachzuvollziehen, was 2 hoch 0 ist. Also das kommt hier an dieser Stelle. Naja, wir müssen in dieser Rechnung, die wir hier gerade hingeschrieben haben, ein gewisses Muster erkennen. Und zwar, um nachzuvollziehen, was 2 hoch 0 ist, müssen wir diese Rechnung rückwärts gehen. Und diese Muster finden wir sehr einfach auf der rechten Seite. Zum Beispiel, um von 32 auf 16 zu kommen, muss man natürlich durch 2 teilen. Genauso gelangen wir von 16 zu 8. Ebenfalls geteilt durch 2. Wenn wir nochmal durch 2 teilen, dann sind wir natürlich mal 4. Dann von 4 zu 2 ebenfalls geteilt durch 2. Und wenn wir jetzt von 2 hoch 1 auf 2 hoch 0 gehen wollen und diesen Muster folgen, dann müssen wir nochmal durch 2 teilen. Also 2 geteilt durch 2 ist 1. Und damit haben wir eigentlich das, was wir wollten. Und nun mal so am Rande, weil Exponente auch negativ sein können, können wir mit dieser Taktik herausfinden, auch zum Beispiel, weil es 2 hoch minus 1 ist. Das heißt, wir teilen die 1 nochmal durch 2. Und damit haben wir natürlich 1 halb oder 0,5. Und das könnte man natürlich auch noch weiter treiben. 2 hoch minus 2 wären dann ein Viertel und so weiter. Also, das funktioniert in alle Richtungen. Und auch, wenn das kein verallgemeineter Nachweis ist. Trotzdem werden wir es am Ende verallgemeinern. Aber davor schauen wir uns noch an, ob unsere Vermutung hier auch für die 3-Reihe funktioniert. Also, ich habe jetzt hier alle 3-Potenzen von 1 bis 5 hingeschrieben. Und wir versuchen auch hier rückwärts ein Muster zu finden. Das Muster ist relativ einfach nachzuvollziehen. Wir müssen einfach die Zahlen auf der rechten Seite diesmal durch 3 teilen. Also, wenn wir hier durch 3 teilen, haben wir die 81. Hier geteilt durch 3 sind dann 27. Nochmal geteilt durch 3 sind es 9. Nochmal geteilt durch 3 sind es natürlich 3. Und entsprechend 3 hoch 0 wird dann, wenn wir nochmal durch 3 teilen, 1. Und ja, die Schlussfolgerung an dieser Stelle wäre, dass irgendwas hoch 0 immer 1 ist. Also hier geschrieben, a hoch 0 ist 1. A steht stellvertretend für jede reelle Zahl. Und einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Mehrere Videos dieser Art findet ihr in eine Prelice gleich am Ende dieses Videos im Abspann. Und wenn euch das Video gefallen hat, ein Like, ein Nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, naja, dann könnt ihr diesen Kanal trotzdem abonnieren.